Bitcoin bricht jetzt exakt hier aus dieser Seitwärtsbewegung, in der wir uns hier seit ca. einem Monat befinden, nach unten hinaus. Was bedeutet das jetzt für den Bitcoin? Und schaut euch unbedingt auch dieses Video bis zum Ende an, denn diese Woche wird extrem wichtig für den Bitcoin werden. Denn nachdem wir natürlich eine extrem niedrige Volatilität haben, könnte jetzt diese Woche eine erhöhte Volatilität folgen und darauf sollst du definitiv vorbereitet sein. Und wir starten jetzt direkt hier mit dem Video erstmal natürlich auf dem 4-stündigen Chart, denn es wird jetzt gerade extrem interessant für den Bitcoin. Wir haben uns ja hier jetzt wirklich seit einem Monat in dieser Seitwärtsbewegung bewegt. Das war auch unter anderem der Grund, warum jetzt von mir erstmal keine Videos in den letzten Tagen und ich glaube ja 2 Wochen, ca. oder 20 Tage jetzt kein Video kam, weil wirklich nichts passiert ist hier beim Bitcoin. Wir haben diese Range hier zwischen 29.500 und ca. 31.500 US-Dollar gehalten. Es ist nichts Spannendes passiert. Wir sind seitwärts gelaufen und jetzt exakt heute sind wir aus dieser Range jetzt vor kurzem, vor einigen Stunden nach unten ausgebrochen und bewegen uns jetzt bei 29.203 US-Dollar. Hier könnte es jetzt natürlich interessant werden, da wir hier ein sogenanntes Bart-Pattern auch abspielen könnten. Das heißt, wir haben hier erstmal einen Pump bekommen, haben ja diesen Pump hier sehr schön mitgenommen mit unserem Long Trade und haben den Trade erstmal bei ca. 30.000 US-Dollar war das glaube ich geschlossen mit einem Profit von ca. 150%. Dann sind wir mit dem Bitcoin hier erstmal seitlich gelaufen, haben hier ein kleines Liquidity-Grab hier gesehen, einen kleinen Fake-Out hier über diese Zone. Doch sind daraufhin dann wieder extrem abverkauft worden, haben uns dann hier immer weiter seitlich bewegt an dieser Support-Zone bei 29.500 US-Dollar und jetzt final sind wir natürlich darunter ausgebrochen. Was könnte das jetzt natürlich für den Bitcoin bedeuten? Zumal natürlich hier jetzt in dieser Woche extrem wichtige News jetzt für den Bitcoin folgen. Warum das Ganze? Denn am Mittwoch haben wir einmal das FOMC-Statement in den USA und die Zinsentscheidung der Fed. Das heißt, hier wird erstmal vorgegeben, was denn jetzt in den nächsten Monaten oder in dem nächsten Jahr jetzt mit dem Zinsentscheid die Fed erstmal geplant hat. Zusätzlich natürlich nochmal der Zinsentscheid der Fed, das wichtigste Event. 20 Uhr deutsche Uhrzeit wird das kommen. Ich werde euch natürlich in der Telegram-Gruppe updaten, sobald die Informationen raus sind. Und prognostiziert wird hier 5,5%. Das heißt, eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten. Sollten wir natürlich eine Erhöhung von 50 Basispunkten sehen, wäre das natürlich erstmal negativ für den Bitcoin und wir würden eine extreme Volatilität erwarten. 25 BPS wird erstmal neutral sein. Es ist schon meiner Meinung nach jetzt schon eingepreist hier. Denn wir haben jetzt schon diesen Drop gesehen auf 29,2 und sollte der Zinsentscheid hier unverändert bleiben und wir keine Zinserhöhung sehen, werden wir natürlich wahrscheinlich einen leichten positiven Pump hier beim Bitcoin sehen. Aber bereitet euch definitiv auf eine volatile Zeit ein in dieser Zeit, wo dieser Zinsentscheid kommt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich für alle diejenigen, die schon länger im Gain sind. An diesem Tag hier, kurz nach dem Zinsentscheid, haben wir immer einen volatilen, meistens vielleicht einen Dump, dann direkt wieder einen Pump oder einen Pump und dann wieder einen direkten Dump. Also in dieser Zeit bitte nicht traden, sondern abwarten, was erstmal passiert. Zusätzlich folgt natürlich am Donnerstag nochmal der Zinsentscheid der EZB für die Eurozone. Hier wird ebenfalls 25 BPS erwartet. Dementsprechend, das ist erstmal relativ, ja würde ich sagen, unwichtig für den Bitcoin, doch immer noch wichtig für die Menschen. Da denke ich mal, alle meine Zuschauer ja sich in der Eurozone befinden. Und dementsprechend für diese Menschen ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig. Der Zinsentscheid der EZB, wie gesagt, 25 BPS werden hier prognostiziert. Also eine Zinserhöhung auf 4,25% der Leitzins von der EZB. Kommen wir jetzt aber allerdings weiterhin zu den Charts. Was kann denn jetzt passieren, wenn wir hier weiterhin einen Dump sehen? Und wo könnten wir denn unseren nächsten Long Trade hier eröffnen? Wenn wir uns das Ganze hier auf dem Daily Chart anschauen, sehen wir hier eine extrem wichtige Zone, die wir hier haben. Wo wir auch ebenfalls unseren letzten Trade eröffnet haben. Und zwar diese aufsteigende Support Linie, die wir jetzt dreimal angetestet haben. Das war einmal hier im Januar 2023. Dann hier nochmal im März 2023. Dann hier nochmal Anfang Juni 2023. Und jetzt könnte es sein, dass wir hier natürlich diese Zone nochmal antesten. Gegebenenfalls. Und sollten wir diese Zone antesten, werde ich wahrscheinlich hier wieder eine Long Position eröffnen. Und warum das Ganze, das zeige ich euch hier auch nochmal an dieser Stelle. Denn erstmal natürlich der erste Grund, dass wir hier natürlich einen sehr, sehr wichtigen Support Punkt haben. Der zweite Punkt, wenn wir jetzt unser Fibonacci Retracement Tool nehmen, von unserem Low bis zu unserem High ziehen. Dann sehen wir hier etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar hier bei 27.500 US-Dollar circa sitzt unser 618er Fibonacci Golden Pocket. Das heißt, hier haben wir auch die größte Chance für eine Trendumkehr. Das heißt, sollten wir runterkommen, sitzt dieser auch exakt an dieser aufsteigenden Support Linie. Und hier bei 27.500 US-Dollar würde ich gegebenenfalls einen Long Trade aufmachen, wenn wir diese Zone hier erreichen. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir bei einem Dump nochmal in diese Zone kommen und diese Zone hier nochmal antesten. Schauen wir uns langfristig nochmal hier an, was denn passieren muss für ein Bullisches Movement. Wir müssen unbedingt natürlich, wie schon tausende Male besprochen, die 32.000 US-Dollar Zone hier nach oben durchbrechen. Wir müssen es unbedingt schaffen, diesen roten Kasten hier nach oben zu durchbrechen. Das ist der Keypoint für uns erstmal für die nächste Zeit. Das heißt, sollten wir es nicht schaffen, hier drüber zu kommen, könnten wir natürlich weiterhin einen Abverkauf sehen und erstmal einen weiteren Dump sehen. Doch langfristig bin ich definitiv bullish beim Bitcoin, denn es wurde der 800. Block gemeint. Es ist nicht mehr lange bis zum Halving. Zusätzlich noch etwas sehr, sehr Interessantes, was ich euch gleich nochmal in die Telegram-Gruppe posten werde. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, kostenlose Gruppe, kostenlose Alert-Gruppe. Dort schicke ich euch noch etwas rein, was noch zeigt, warum ich unbedingt definitiv immer noch langfristig bullish beim Bitcoin bin. Wie gesagt, langfristig müssen wir es schaffen, diese 32.000 US-Dollar Zone nach oben zu durchbrechen. Denn wir haben hier immer noch unser Inverse Head & Shoulders Pattern, welches wir ja schon sehr lange uns anschauen. Wir haben hier den Retest gesehen und hier haben wir gesagt, machen wir eine Long-Position auf. Haben wir auch gemacht und haben erstmal bis zu diesem Widerstand hier, also kurz darunter hier, den Trade mitgenommen. Wurden jetzt allerdings hier rejected und wir müssen langfristig schaffen, es schaffen hier diese 32.000 US-Dollar Zone nach oben zu durchbrechen. Ebenfalls auch hier auf dem Dreitages Chart haben wir unser Cup & Handle Pattern, welches auch ein bullisches Reversal Pattern ist. Und dieses Pattern ist auch noch nicht nach oben ausgebrochen, da wir hier natürlich diese wichtige Zone bei 32.000 US-Dollar noch nicht nach oben durchbrochen haben. Diese Zone muss meiner Meinung nach nach oben durchbrochen werden, damit wir sagen können, okay, das ist jetzt ein bestätigtes Breakout. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ihr werdet definitiv morgen nochmal von mir hören. Ich gebe nochmal Updates morgen, wie es dann auf den kleineren Timeframes aussieht. Sonst natürlich auch in der Telegram-Gruppe und wir beobachten natürlich, wie der Bitcoin sich verhält und wie es natürlich auch an dem Tag wird, wo wir den Zinsentscheid der Fed haben werden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Start in die Woche und bis morgen.